Oh, du, siehst du die beiden Frauen da drüben? Klar, was ist denn mit denen? Wir sehen gut aus. Achso, ja. Ganz schön heiß. Heiß, meine Güte. Du, wir könnten Sie doch zu einer Seltas einladen, mal sehen, was sich so ergibt. Das ist eine gute Idee, ja. Wie viel Geld hast du denn bei dir? Ich habe genau genug mit für drei Seltas. Und du, wie viel hast du denn? Ich habe gar nichts bei mir. Kein Problem, kein Problem. Wir gehen rüber, fragen Sie, ob Sie eine Seltas wollen. Alles andere ergibt sich. Aber ich habe da nur genug mit für drei Seltas. Ich frage Sie, ob Sie eine Seltas wollen. Dann sage ich, ich will auch eine. Und dann frage ich dich, was du willst. Und du sagst, ich habe keinen Durst. Dann brauchst du nur drei Seltas zu kaufen. Ja, aber ich habe ja aber Durst. Ja, du hast aber nur genug Geld für drei Seltas. Ja, aber ich würde eben auch gerne ein paar Tropfen durch meine Kehle rinden lassen. Pass doch mal auf, pass auf. Wir müssen Ihnen zwei Seltas kaufen, ja. Also bleibt nur noch für eine genug übrig. Stimmt? Ja, aber ich würde eben auch, wenn ich... Spurzer, Sie kommen. Hallo, heißer Tag heute, was? Kann man wohl sagen. Wollt ihr gerne was Kaltes trinken? Eine Seltas vielleicht? Hört sich gut an. Was willst du denn trinken? Eine Seltas. Und du? Eine Seltas. Warte, ich nehme auch eine Seltas. Und du? Auch eine Seltas. Entschuldigung. Ach, Quatsch. Verstehst du denn nicht? Du sollst doch sagen, dass du keinen Durst hast. Ja, aber ich habe ja aber Durst. Naja, ich weiß, dass du Durst hast. Wir haben aber nur genug Geld für drei Seltas. Die beiden Frauen sagen Seltas, Seltas, Seltas. Und du sagst, ich habe keinen Durst. Verstanden? Entschuldigung, also ihr wolltet... Eine Seltas. Eine Seltas. Ja, ich auch. Und du? Auch eine Seltas. Ach, warum trinken sie nicht auch etwas? Na gut, dann nehme ich auch eine Seltas. Ich sagte es jetzt zum letzten Mal. Wir haben nur genug Geld für drei Seltas. Ich gebe dir von meiner die Hälfte ab. Ja, aber... Hör mal. Okay, also nochmal von vorn. Ihr wolltet... Eine Seltas. Eine Seltas. Ja, ich auch. Und du? Ich nehme nichts. Okay, dann geh rüber und hol uns drei Seltas. So, bitteschön. So. Eine Seltas. Danke. Eine Seltas. Eine Seltas. Ja? Zum Wohl. Prost. 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 Du, ich habe Durst. Okay, trink deine Hälfte. Ah, schön kühl, ja? Prickelt so schön, ne? Du hast die ganze Seltas ausgetrunken. Ich habe doch gesagt, nur die Hälfte. Ja, aber meine Hälfte war leider die untere. Ja. Ja. Ja.